Und zurück zu Ghostbusters, wollte ich jetzt gerade sagen. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Demodologist. Aufwärm Übungen. Ich bin Chuck Norris. Warum suchst du doch ein August-Uster-Eier? Hä? Was war das denn? Ach so. So sieht also Lust aus. Da kommt Blut raus. Aus dem Wasserhauen. Hey, raus. Das ist 1 plus 7. Ich meine 2 plus 7. Raus, ihr beiden. Und Schützu machen. Ich habe gar nichts gehört. Emi, Schützu. 3 plus 2. Danke. Infernung. Aus dem Wasserhauen. Alles geht um게요. Schütz. Schütz. Ich bin der Mann. Das war's, was ich geboren kann. Das war's. Das war's. Du hast deine Arzt? Du hast deine Arzt? Ich bin gut. Du hast die Arzt? Ich bin gut. Du hast die Arzt? Du hast die Arzt. Ja, ich. Da! Da! Hier! Vierer! 3 von 4! Ja. Oh, Fünfer. Fünfer Ausschlag. 7. Die Antwort ist 7. Ja, was machst du denn? Hast du mal abhütten? Nö, ich zieh dir nach. Einfach. Ah, so. Jibja jibja jibja. Nein. Kerze auspusten. Soll ich die Kerze jetzt schon hinstellen? Dann pustet er die Kerze kurz vorher aus. UV? Oh? Ach so. Oh. 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 hat er Lichtern gemacht oder was? ach so manifest 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 do a picture manifest dem wohl eher nicht miese aus dem Bild schön ja und? mach du nix ich habe einen hübschen Arsch komm mach irgendwas was er schiebt er schiebt irgendwas durch die Weltgeschichte hier ja keine Ahnung ich glaube er macht unten die Türen auf und zu oder? ich glaube das sind die Türen hier unten ich glaube ich glaube ich glaube jetzt ich glaube Kommst du denn jetzt schon wieder auf den? Oh, zweier Ausschlag. Zweier Ausschlag. Naja. Zweier. Null. 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 Manifest. Manifest. Draw a picture. Manifest. 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 Der ist doch unten, oder? Das kommt doch immer von hier unten irgendwo. Hier! Hier wirft du Sachen umher. Ja, ich weiß, dass du umpiept. Aber unten wirft du Sachen umher. So. War das sich vorher an? Vielleicht... Ja, hier fliegen mich auch Sachen umher. Hier, guck! Hier ist der drinnen. Aber er läuft ja auch draußen rum. Packen die Sachen jetzt mal da rein. Gucken, was passiert. Okay. Oma! Oma! Omi Liebe! Sie ist eindeutig im Büro. Heidetraut! Okay. Wir müssen den Rest auch aufstehen. Omi Liebe! die kamera wo da kann mir entgegen ich bin tot doch ich hatte sogar eine hand glaube ich ja was du nicht sagst ohne liebe war zu viel der kam von unten auf jeden fall der kam die treppe entgegen arschloch da wo die fahrzeit ja kannst du mich auch fragen wir hier wieso sollte vielleicht beide mal pillen ja ich kann aber gar nichts nehmen also meine kamera spielt da schon wieder also die läuft immer vom büro bis unten ins wohnzimmer anscheinend ja rein da ist er uns ja auch erschienen du kannst aber ein kreuz nehmen wie so steht wie eine 1 hier unten hat es ja auch schon alles umher geworfen du musst doch nur dieses kleine stück von tür bis zur treppe gehen hast du eine ahnung gefrierte brattung weiss ich gar nicht wie jetzt eigentlich im f5 ok da habe ich das anscheinend nicht eingetragen ah ja stimmt er nicht mit dir allergische reaktion bist auch so eine allergische reaktion Du bist die Problematik! Achso, da sind die Türen hier unten. Er macht Action! Ich möchte gerne einen Tee trinken. Ja, ich kann euch leider nicht helfen. Hier im Abstellraum liegen auch Sachen oben. Das ist eine Wanderhexe. Ja, aber ich habe es dir gerade noch verknüpfen. Die Tür auf oder zu? Nö, hier oben ist keine Tür auf. Auf ja, aber nicht zu. Naja. Ich kann euch leider nicht helfen. Mach nix. Ich schaff das. Ihr seid ein gutes Team. Ah, die Bilder! Die Bilder drehen sich. No. Alles gut. Achso. Ja dann, okay. Jo. Bläh! Die möchte ihm halt mit dir ein Lied singen. Manifest. Manifest. Ich weiß ja nicht, ob du mich hören kannst. Auch nicht jenseits. Eigentlich müsstest du mich da nicht deutlicher hören. Draw a picture. Hä? Du kannst mir sehen? Achso, du kannst nichts sehen. Ich habe verstanden, du kannst mich sehen. Draw a picture. Manifest. 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 Türen auf und zu. Miau. 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 Bei mir funktioniert die Kamera nicht. Toll. Richtig toll. Ich weiß gar nicht, kann der mich tatsächlich hören? Manifest. Manifest. Draw a picture. Draw irgendwas. Mach was. Wir hatten ja schon Gefriertemperaturen. Eben F5. Bisher ist das ja noch nicht so gerade. Erst warten wir darauf, dass drei Stunden später irgendwann die Kerze mal ausgepustet wird. Ey. Sag mal. Ich weiß doch nicht alles so weggeschüttet. Oh. It's me. Hoi. Quack. 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 ja vierer ausschlag der gerade ist er hinten am dings er liebt seinen schrank er denkt dass er irre putter ist ich habe gleich echt kein bock mehr gelinde ja ja ich bin sie ist ein schiff sie macht schiffgeräusche sie ist ein kreuzfahrtschiff omi 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 wo bist du komm raus los aber jetzt macht es richtig terror war jetzt wir so viel reden jetzt wo sie nur zu zweit sind das ist ein kreuzfahrtschiff ja oben irgendwo ich weiß nicht ob das richtig schmerz auch also bleib draußen schütze dein leben was ist denn da bloß los ist was für ghostwatcher so anstrengend jetzt hier bist du denn omi oh nein du hast mich geopfert du hast mich einfach so geopfert immer opferte mich ja damit der interaktion macht ich sollte vielleicht mal beide pillen nehmen deswegen bin ich jetzt tot und ja dann noch viel spaß da ich es wenn du mich ich du 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 Kassel ist oben im Schlafzimmer anscheinend. Jo. Es ist gerade extrem dunkel, ihr könnt wahrscheinlich gar nichts sehen. Und ihr seht nicht mal, tut Ratten. Bei mir blinkt gar nichts mehr. Ja, besser als oben im Flur. Oh Gott! Oh! Umi! Alter! Das war auch neu, dass Umi von rechts nach links flitzt. Oh! Oh! Er jagt! Vorsicht! Er jagt! Kein renner, komm runter! Versteck dich! Ist vorbei! Anscheinend. Oder auch nicht. Ja, aber er hat die ganzen Bücher umhergewirft. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe nur gesehen, dass er die ganzen Bücher umherwirft. Oh! Der ZD ist oder was auch immer. Hier vorne liegt noch eine tote Ratte. Vor einer Haustür. Mieser. Nein, Mieser ist oben im Schlafzimmer. Was? Mieser hat keine Lust mehr zu rennen. Ach! Hahaha! Das ist weggeworfen außerdem. Ha! Ja, ist auch schon gehabt. Hast du eigentlich schon wieder auf schwer gestellt oder was ist das? Was? Ja, muss Kei-Rind sich vor nicht stellen, wenn er kommt. Wann hat's gesehen? Ich kann ihm leider mit dem Todeszeitpunkt nicht helfen. Würde ich gerne machen. Oh! Los! Ich bleibe oben an der Tür stehen und sage euch Bescheid, wenn er kommt. Manchmal sieht man die hier einfach nicht. Jey! Oben im Flur? Oben im Büro und im Flur. Und hier im Wohnzimmer. Ich bin schon tot. Also Wohnzimmer. Hier im Wohnzimmer direkt hier um die Ecke. Rechts, rechts. Oh, sie jagt. Vorsicht, lauf, lauf, lauf. Sie ist da. Er kommt. Ihhh. Ihhh. Er läuft wieder nach oben. Er ist wieder nach oben gelaufen. Er kommt wieder runter. Er ist gerade im Wohnzimmer. Er kommt wieder zur Treppe. Er ist dann schon weg. Ah nee, warte. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Aber hier im Wohnzimmer spinnt das nicht. Ach, er läuft noch bei der Treppe rum. Er läuft gerade wieder in den Keller rein. Er läuft wieder in den Keller. Keller. Ja. Achtung, er kommt. Er guckt die Wand an. Er guckt die Wand an. Läuft er jetzt wieder. Ah, er läuft wieder die Treppe hoch. Jetzt ist er wieder weg. Er schmeißt wieder alles umher. Er ist sauer. Er ist im Wohnzimmer unterwegs. Er spack rum. Er macht gerade Disco. Disco Pogo. Dingelingeling. Dingelingeling. Alle Atzen singen. Gib's ihm, Bruder. Gib's ihm. Los. Ha, 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 ha. Dance it. Dance. Dance. Ja komm, ich mach mit dir. Ja. Nice. Komm, wirf noch mehr umher. Hui, Frisbee. Ja. So, du musst aufhören zu jagen, Kumpel. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er ist völlig ausgerastet. Kann leider auch nicht gucken, ob die Tür aufgeht. Oh ja, er hat aufgehört zu jagen. Er bewegt gerade Türen. Hast du die Uhr hier schon eingestellt? Wohnzimmer? Nein. Okay, dann müsste er erst nach oben in die Hülle des Löwen rein. 2.25 wird das davor. Oh, er jagt, er jagt, er jagt, er jagt. Wohnzimmer. Oder vielleicht doch nicht Wohnzimmer. Nee, er kommt gerade die Treppe runter. Das Wohnzimmer. Er hat Nippelpiercings. Nee, hat er wirklich. Da hat er so diese Morgensterne dran. An den Nippeln. Achtung, er kommt, er kommt zu euch. Er kommt zu euch ins Schlafzimmer. Er ist im Schlafzimmer. Er steht im Schlafzimmer. Er ist verschwunden. Er läuft wieder los. Oh Gott, er schmeißt alles. Er läuft wieder Treppe hoch. Oh Gott, habt ihr ein Schwein. Herr Jesus. Er ist anscheinend weg. Oder sei es. Was ist denn los? Ah nein, er jagt wieder. Er jagt wieder. Er schreit. Er ist im Wohnzimmer. Ich schmeiße sie alles umher. Er läuft Treppe, Keller Treppe runter. Treppe, Keller Treppe, Keller Treppe. Keller Treppe, Keller Treppe, Keller Treppe. Er ist nicht gerade die Schnellste. Er steht wieder gegen die Wand. Er steht immer noch gegen die Wand. Er liebt diese Wand anscheinend. Er läuft Keller Treppe wieder hoch. Bestimmt das nicht mit diesem Geist? Geiste muss aufhören zu jagen. Die müssen weitermachen. Anscheinend hat er jetzt wieder aufgehört. Aber wir müssen jetzt irgendwas machen. Langsamer sicher. Ich mein, dass das lustige Geist dabei ist. Ich sage es bestimmt, wenn es losgeht. Na, ihr probt wahrscheinlich länger hoch. Raus mit euch. 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 Raus. Jaaaa. Ihr habt es geschafft. Heri ist es. Da ist aber Null. Ja. Ne, im Büro. 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 Büro Schlafzimmer. Ne, Büro im Flur. Ja, am besten macht ihr beide eine Uhr. Ja, dann los. Geist. Aber gucken wir zuerst, er stirbt. Ja. Los. 2 Uhr. 55. Hier. Ja. Nächster. Hier. Flur. Flur. ca. Noors Tür auf. Noors Tür auf. Oh, Jagd. Mach schnell. Einstell. Ja. Boah. gg gg das war eine wilde jagd das war richtig schön er ist richtig abgegangen wo es immer ja ich habe null und na gut 1025 ich bin auch gestorben